So, was läuft das Ding hier? Mach das mal aus, Junge hier. Leute, ist das ein ernstes Thema? Und Barker wird mir das jetzt festgeben. Geil, Barker. Das ist ein fieses Thema, nämlich meine Grafikkarte ist verreckt. Und das Geilste ist keiner was, warum? Ich tritt noch so was hier, und... Ich sag nicht gleich eins, Jungen, der Barker. Barker ist Schultier, ne? Du für das Tier, du. Egal, wie dem was sei. Also, warte mal, ich hole die grad mal aufpassen. Hier so. Hier also, das ist ja nix billiges hier, ne? Die 4.870, da. So. Da steht's. GEPORT! Jetzt ist die Frage, warum? Ich werde die jetzt mal einschicken. Und wird... Palette mal richtig schön in den Heizkarten, echt jetzt mal. Kann ja nicht angehen, Junge. Gut, die war jetzt nicht so teuer, hat noch 5.570 gekostet, dann mal hin. Das kann so nicht sein, dass die Grafikkarte noch nicht mal knapp im Jahr kaputt geht, Junge. Echt jetzt mal. Oder wie siehst du das? Junge, echt jetzt? Das riecht mich auf, Jungen. Genau das, das riecht mich auf. So, das war's eigentlich auch schon gut, oder? Einfach mal sagen. Bye. 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 Bye.